So Freunde, jetzt hier auf Reiteam, erstmal jetzt wieder mit Trinkenschifter, weil ich hab mich grad an die Waffe gewöhnt, die Waffe ist echt nice, also auf Plaza habt ihr gesehen, ich hab voll die geilen Highscores gerissen, so, weißt du, Orbital und so, ey, Jalan. Ladebildschirme, Penner, die so viel schlucken, dass dein ganzes Magazin in einem weg ist und dann noch, was ist der Dreck hier drin? Ah, keine Art Binderung, ne? Ah, weißt du, drei Kills, er hat mich so ein blöder Armbrust-Typ getroffen mit seinem Armbrust-Stil. Und SS nehme ich, ach meine Güte, diese, na, allein schon diese Levels-Design machen mich schon so ein Anti-Broner, ne? Boah, er sprayt durch die Wände, das ist nicht geil. Hallo? Hallo? Wow. Hinter mir? Oh nein. Oh nein, ey. Fünf zu zwei, saß da. Hier hab ich nen Schwarm geschafft, ne? Einmal ne Aufnahme live, ich war so glücklich. Und stolz. Ach, meine Fresse, wo kommen die denn immer alle her? Ich geh nach links, da kommt einer von hinten. Geh grad aus, da kommt einer von hinten. Ich spawne, da kommt einer von hinten. Ich glaub, die kommen jetzt gleich alle hier lang, oder? 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 Ah, nee, sind hier im Haus. Er schmeißt die vier rein, hast du gesehen? Ja. Jolo, Alter. Mein Gott. Ich stirb. Gib mal hier die Kapp noch. Wow. C4. Ach, Vector mit Schnellschuss. Scheiß mal drauf. Zack. Gib mir die Vector. Normalerweise müsste der unterhalb einer Sekunde weg sein, aber ne. Zack. Oh, ich hab so. Nein, ich. Nicht, 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 nicht einladen, Jungs. Oh. Na los, na los. Wenn ich jetzt hier oben lang gehe, sterbe ich. Wetten? Ah, da fliegen welche Granaten. Ja. Hektik. Hektik ist schlecht in diesem Spiel, ey. Na, 11 zu 3. Na ja. Hauptsache, ich schaff es mal in Orbi und EMP-Systeme, ey. Double Kill, sagst du? Nice. Krasse Sache. Oh, hallo. Hab dich gesehen. Jo. Wow, da flog C4. Noch einer. Oh, was? Ich hab ihn getroffen mit meinem Knife. Unglaublich. Unglaublich, wie Sage spielen sie sich gehabt. Na, komm. Na. Na komm, Vector mal lieber. Mal lieber die Vector behalten, ja. Autsch. Da wurde er weggebombt. Hast du es gesehen? Ja. Aua, ey. Da hat es mich echt weggefetzt. Holy moly. Ja, merke schon. Na, ja, meiner. Da war noch einer. 100 pro. Ja. Nur noch zwei. Oh. Was zum Teufel, ey. Oh, oh, oh. Holy shit. Ich abgeh schon wieder, ey. Manchmal, ey. 20, 4. Boah, was ist los mit mir heute? Heute reiß ich voll die COD-Scores. Ja, ich nicht. Wie immer. Komm. Komm. Ahaha. Lauf weg. Lauf weg. Lauf einfach weg. Los, na los. Ich, der, er kommt um die Ecke gerannt. In meinen Schuss rein. Er macht den Schuss, ich bin tot. Ah, hat er mich geneift? Nee, er hat mich abgeschossen. Diese Logik hier dahinter, ne? Es ist COD. Es ist COD. Ist mir noch scheißegal. Ach, es ist nur scheiße. Nanu, war der denn jetzt? Leg, leg dich hin. Leg dich hin. Was? Ah, neben mir. Ja, 21, 6. Aber es lässt sich sehen eigentlich bis jetzt. Ja. 4, 7. Wow. Erhol, erhol dich. Erhol dich, Junge. Sonst machen wir, wir haben einen Knife Runner. Es ist... Schnauze. Ah, da ist ein Verspaß. Da ist keiner. Rein. Oh, Alter. Das ist ein Häuslein. Was war das denn? Ich sehe gerade keine Gegner. Wow. Alter, das war Teamwork gerade, ne? Ja, ne? Gib mal die Armbrust. Nehme ich doch. Ah. Schade. Och, Mann. Zack, Mann. Wow. Gib mir die MP7 hier. Hinter mir. Ah, hinter mir. Ich hätte mich... Ah. Nicht so lange lieben bleiben dürfen. Schade. Es kann ja nicht... Es kann ja nicht einer nach dem anderen rauskommen, ne? Müssen ja immer direkt zwei auf einmal. Ich glaube, nochmal, oder nicht? Nein. Ah, nicht geschlitzt. Schade. Nicht getroffen. Ich hab's besoffen. Oh, Junge. Hi. 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 Was? Alter. Oh, nein. Da hab ich... Oh, da war ich zu schlecht. Da war ich zu schlecht und zu hektisch. 29,9. Meh. Geht ja. Meh. 3, 2, 2 KD. Hey, hallo. Wow. Wow. Das war... Wow. 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 Reflex, Alter. Reflexe 100. Reflexe over 9000. Jetzt kommt gleich Noob, weil ich Friedensschifter benutzt hab. Und ein Leck. Da, 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 da. Bei mir hat's aber nicht... Nee, 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 nee. Nicht geleckt. Bei mir hat's nicht geleckt eigentlich. Ja. The big Leck. Ja, war so klar. Gut. Haut da ein bisschen... Ey, 30,9. Ja, doch geht, Alter. Stolz. Ja, ich hab auch zu 8, ey. Immerhin eine 1er KD. Immerhin. Immerhin.